Herzlich willkommen beim Gartenservice Riebe. Wir machen Ihren Gartenflott. Wir erledigen Rasenpflege und befreien Beete sowie Wege von Moos und Unkraut. Außerdem schneiden wir ihre Hecke in Form sowie Baum- und Strauchschnittarbeiten. Zu unserem Service gehört auch Gartengestaltung sowie die Reinigung und Umgestaltung von Teichanlagen. Kleinere Pflasterarbeiten erledigen wir auch. Nennen Sie uns Ihre Vorstellungen und Anregungen, wie Sie Ihren Garten gestalten möchten. Wir freuen uns auf Sie!